Umkehren, los! Ich habe ja schließlich eine Ewigzeit hier. Leute, ich stelle mich nachher. Ich muss eben nur Marty abliefern. Danach ist alles okay, ne? Dann können wir drüber reden, ob ich anhalte oder nicht. Aber jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt wird gefahren, bis der Arzt kommt. Beziehungsweise bis wir beim Arzt sind. Äh, ja. Ja. Äh, ich stelle mich. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Alles klar. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Pff. Bah. Ne. Ne. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. Nur weil ich mich... Oh, die scheiß Bullen. Nein. Mein Gott. Warum? Jungs, es tut mir leid, dass ihr euch die Kacke jetzt anschauen müsst ihr, was ich hier fabriziere. Aber das ist doch echt nicht mal feierlich. Wie kann sowas sein? Wie kann man so scheiße sein? Das gehört doch eigentlich verboten, oder nicht? Das gibt es nicht. Warum bin ich auch so schnell gefahren? Das... Ah, Mann. Warum? Ich wollte doch gar nicht so schnell fahren. Das war alles ein Missverständnis. Mein Gott. Und dann hatte ich nicht genug Kohle zum Bestechen und überhaupt und alles und Mist und Kack und Scheiß. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Alter, was... Mann. Boah. Ey. Das gibt es doch nicht. Warum mache ich sowas? Warum bin ich so schlecht? Ich möchte nicht wissen, wie viele Parts ich jetzt schon wieder an der scheiß Mission hier bin. Bestimmt zwei, oder? Das gibt es nicht. Das darf alles nicht wahr sein. So eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Das gibt es nicht. Lauf, 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 lauf. Jetzt ist da auch noch ein Bulle unten drin. Ja, nee, ist klar. Ja, natürlich. Jetzt... Das gibt es doch nicht. Ich habe ihn doch unten... Mein Gott. Oh. Ey. Ich breche gleich hier, äh... Die Mission ab. Das kann ja wohl nicht sein. Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, ich hatte die Mission schon fertig. Aber dann musste ich so schnell fahren und die scheiß Bullen hinter mir haben und überhaupt und sowieso. Das gibt es nicht. Sowas kann einfach nicht sein. Ja, sowas kann auch nicht sein. Mein Gott, ich bin ja sogar schon dafür zu schlecht. Oh. Mein Gott, nein. Mein. Warum habe ich heute aufgenommen? Das kann doch nicht sein. Das... Ach. Also ich als Zuschauer würde jetzt richtig ausrassen. Weil ich kann mir sowas nicht anschauen, wenn einer... So oft fehlt. Da werde ich auch aggressiv dabei. Mein Gott. Also bitte abschalten. Ist überhaupt kein Problem. Ich zwinge hier keinen zu irgendwas. Ich meine, wenn ich schon mal das hier nicht schaffe. Die erste Scheiße. Und dann sterbe ich eh gleich wieder, wenn die erste Welle kommt. Weiß ich doch. Ich bin doch nicht doof. Natürlich sterbe ich dann. Jetzt habe ich auch noch einen Ruckler. Ja, na... Ja, na... Ruckler of Death. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Warum ruckelt die Scheiße so? Was ist jetzt los? Hey! Ja, auf so zu ruckeln, du Kackspiel! Alter, was... Scheiße, Mann. Was geht denn ab? Geht's jetzt wieder? Nein, es geht nicht. Was ist... Ein Moment. Kurze Unterbrechung. So, geht's jetzt wieder? Geht's jetzt wieder? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Geht's jetzt wieder? Ja, es ruckelt wie Penis, ey. Was geht denn ab hier in dem Puff? Scheiße, Mann. Ein Moment. So, haben wir es jetzt. Ey. Warum ruckelt das so? Ey. Ey, ich packe's nicht. Ich weiß echt nicht, was los ist gerade. Hier bin ich. Aber es muss halt alles ärgern. Natürlich, ne? Warum auch nicht? Dass mal was auf Anhieb funktioniert. Nein, sowas geht nicht. Ich bin's, Joe. Ja, schön, dass du da bist, Joe. Oh, und jetzt, komm. Wir machen das jetzt. Diesmal aber wirklich. Irgendwie schaffen wir das. Oh, jetzt kommen ja die. Die hab ich ja ganz vergessen. Die hab ich ja ganz vergessen. Scheiße, Mann. Schneller nachladen. War's das? Ja, das war's. Wo ist Marty? Äh, irgendwo da. Ne, wo ist er? Hier? Jawohl. Okay. Nein. Nimm ihn doch. Junge! So, danke. So, okay. Es sieht, wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Das Schlimmste haben wir überstanden. Und dann müssen wir jetzt nachher nur noch, äh, das Ganze mit den, na wie heißt's, ähm, ja, mit der Fahrerei überstehen. Und dann sollte das eigentlich alles gelutscht sein. Ja, ich find's lutschen richtig geil. So, da hin, zack, Thompson raus. Ich fackel jetzt einfach nicht mehr langer, wisst ihr? Weil solche Pisser, die mir so dermaßen auf den Sack gehen. Das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, ja? Jetzt komm, ja. Komm. Danke. Haben wir's jetzt? Ist hier noch einer? Nee. So. Okay, komm, Marty. Jetzt packen wir das aber, ne? Ist ja alles gar nicht so schlimm. Und jetzt, ich sag's euch, wenn ich jetzt einen Polizisten draußen seh, ich fahr so langsam, dass so eine Scheiße ja nicht mehr passieren kann. Weil das ist ja echt schon peinlich. Und es tut mir echt wahnsinnig leid, dass ihr das jetzt ertragen musstet. Ich hoffe, das kommt nie wieder vor, sowas, was ich hier gerade abgezogen hab. Weil, ich könnte mir sowas, wie gesagt, nicht angucken. Wenn einer mal, einmal failed, oder zweimal, oder dreimal, okay. Aber so nach dem dritten, vierten, fünften Mal, ist es dann langsam so schon an der Grenze, wo ich dann aggressiv werd beim Zuschauen. Und wie oft hab ich jetzt verkackt? Ich weiß nicht. Äh. Ja. Ungefähr so zehnmal. Ach. Ich sage da nicht. Also. Jetzt müssen wir ja natürlich auch noch Gas geben. Das ist das Problem. Wir müssen jetzt auch noch relativ schnell sein. Aber wir dürfen nicht zu schnell sein. Und jetzt ruckelt es. So, meine Damen und Herren, das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Das heißt, ich durfte die Mission nochmal machen. Das hab ich jetzt aber rausgeschnitten, weil... Ich glaube, ihr seid so schon verrückt genug und... Ihr wolltet das bestimmt nicht nochmal sehen. So. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt endgültig, diese verkackte Mission abzuschließen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Komm schon. Auf geht's. Wenn das Spiel jetzt nochmal abstürzt, ich sage durch. Dann werde ich aber wahnsinnig. Und jetzt bitte keinen Unfall bauen. Einfach ganz normal zivilisiert fahren. Das wird doch wohl möglich sein, oder? Wir schaffen das schon irgendwie. Wir müssen jetzt einfach mal langsam fahren. Es hilft alles nichts. Wir können uns jetzt keine Aufmerksamkeit leisten. Wir kürzen einfach mal direkt hier ab. Es darf jetzt nichts mehr schief gehen. Es darf einfach nichts schief gehen, ey. Ich habe jetzt so lange an dieser scheiß Mission gesessen. Ich weiß nicht warum. Und es ist mir echt peinlich. Ganz ehrlich. Sowas ist mir ja noch nie passiert. Das gibt's gar nicht. So, schön da rein. An alle. Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. Komm, wo ist die sichere Zone? Da ist die sichere Zone. Komm, komm, komm. Mein Gott. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Es ist unglaublich. Es ist vollbracht. Es ist ja Wahnsinn. Machen wir jetzt noch eine Mission, oder nicht? Neue Wohnung freigeschaltet. Ich will aber keine neue Wohnung. Ähm. Haben wir jetzt dafür Geld bekommen? Ne. Ja, was machen wir jetzt am besten? Ich glaube... Ich beende die Aufnahme für heute, weil irgendwie... Ich glaube, heute ist kein guter Tag. Weil, wenn das schon bei der zweiten Mission in dieser Aufnahme so scheiße läuft... Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt... Ähm... Weitermache. Deswegen... Schauen wir mal, ob wir irgendwie... So ein kleines Häuschen von Joe finden, wo wir speichern können. Äh... Joe, da. Fahren wir da hin. Und dann brechen wir das Ganze für heute ab. Ich glaube echt, dass das sonst nichts mehr wird. Das ist ja Wahnsinn, was ich hier gerade... Äh... Gefailt habe. Ist krass. Ist echt krass. Und dann ist halt auch echt noch das Spiel abgestürzt. Ich meine... Als ob es nicht schon schlimm genug war. Ne. Das Spiel, das musste noch abstürzen. Weil das hat ja noch gefehlt. Damit ich die Mission nochmal machen konnte. Und außerhalb der Aufnahme habe ich dann wieder drei Anläufe gebraucht. Bis ich die Mission geschafft habe. Also... Wahnsinn. Wahnsinn. Das verbuchen wir einfach mal als Ultra-Fail des Jahres. Und ich hoffe, das kommt nie wieder vor. Ich entschuldige mich nochmals. Weil... Ich könnte mir sowas nicht anschauen, glaube ich. Wenn einer so oft verkackt. Aber naja. Tun wir nur schnell was essen, damit... Äh... Wir unser Leben auffüllen. Aber das ist eh schon voll. Nicht wahr nicht? Oh ne. War nicht mal voll. Hätte ich vielleicht mal voll machen sollen. Vor der Mission. Vielleicht wäre es dann nie so schlimm geworden. Egal. Wir speichern und sehen uns dann... Im nächsten Part wieder. Und... Ja. Also bis dann. Jetzt sieht er halt aus. Aber. Und du bist ja.